Ich wollte ein Bild malen, das so echt aussieht, als wär's ein Foto. Zuerst hab ich mit Bleistift vorgezeichnet und dann wollte ich den Schatten der Tüte mit einer Spraydose aufsprühen. Hat alles nur versaut. Neuer Versuch, neues Papier. Leider haben die Aquarellfarben das ganze Papier aufgeweicht. Ein Rage-Anfall später. So ein F***. So ein kompletter F***. Beruhige dich. Dritter Versuch. Diesmal mit Markern, Buntstiften und Bleistift. Und vielleicht hab ich's geschafft. Was meint ihr? Wo ist die Zeichnung? Oben oder unten? Oder ist beides fake?